Und, ähm, was ich jetzt fragen wollte, ist... Ja, ähm, du hast ja erstmal ganz schöne Haare, ne? Das ist, ähm, ja, was ich mich dauerwelle machen lasse. Ah, das, das sind meine echten Haare. Aber, ich find's immer noch teurer, wenn ich meinen Vornamen nicht aussprechen kann. Das ist, das ist so schlimm. Kennt ihr das? Wenn ihr in der Klasse immer noch die Däure aufgenommen werdet. Laura, Lisa, äh, An, Angelika? Ne, Angelina. Ja, euer Ernst, Angelina. Ich kann Angelina, Angelika draus machen oder ich kann Angelina, Angelina sagen. Ich weiß nicht, die kennt ja nicht Angelina Jolie. Der ist ja auch nicht Angelina Jolie. Ich kann Angela sagen sie alle Angela. Aber zu Angelina sagen sie Angelina. Und es, äh, kommt in die Schule, denkt so, ach, endlich wieder morgens auf Yoken müssen die Haare nicht machen. Perfekt. Kommt in die Schule, zur Arbeit oder sonst irgendwo. Und dann kommen die Leute, die sowas nicht kennen. Kommt rein. Erstmal alle. Wow, was hat die Damen in ihren Haaren gemacht? Wo sind denn jetzt deine Haare? Boah, ich dachte schon, das wäre eine Perücke. Boah, ist er ja voll deine Kopfhaut. So, du bist nicht, Lynn? Bist du nicht? Ist er ja gar nicht meiner Fisch? Bitch, what? Geh, 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 geh auf mein Face. Guck mal schnell. Du stimmst nicht. Wir raten, wir raten, nicht sagen, nicht sagen. Ähm, Brasilien. Nein, nein, ich will mir schlägen. Ähm, irgendwas Arabisches. Irgendwie Ägypten oder Thunesien. Das würde ich jetzt sagen. Passt, sei mal Kontinentisch. Auf jeden Fall da irgendwas Arabisches. Und ich sage, ja, was, was? Und ich sage, ja, sei mal Kontinent, aber nicht genau das. Sondern mehr in den Osten. Du bist Türkin. Erfkunde 9. Fünf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war ein Video von mir. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Schreibt die in die Kommentare. Das war ein Video über mich. Gebt bitte über mich. Die Fragen oder die Sachen, die mir am meisten gestellt oder gesagt werden. Wenn das Video hat euch gefallen, gebt dem Video einen Daumen hoch. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Bye.